Musik Sehr verehrte Damen und Herren, nochmals herzlich willkommen hier. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass wir einige Modellwaren-Fans hier haben, einige Kunden von uns, die auch gekommen sind, ganz besonderen Dank auch an die Presse, die hier heute dabei ist. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie heute hier sind und dass Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen. Es ist sehr besonders, es ist eine emotionale Veranstaltung für uns. Die Lokomotiven waren für leichtere Strecken konzipiert und mit einem Oberbau von etwa 18 Tonnen. Musik Gut, und jetzt also dann den Anpfiff und dann schauen wir mal, ob da auch was rauskommt. Es ist ja schön, dass wir auch ein bisschen Wind haben, wie kommt der auch raus auf ein bisschen Wind. Musik Na, was gut war, ja? Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.